Musik Ein hallo oder so liebe Leute und willkommen heute zurück zu einer neuen Folge von Minecraft in Zukunft Schön, dass ihr wieder da seid und heute meine Damen und Herren sind wir wieder hoch hinaus in den Lüften der Welt Denn ich habe hier nämlich vor, heute mit euch zusammen auf diese komische Insel da oben zu klettern Und Leute, guckt mal wie unglaublich hoch wir sind Da unten sind die Dinosaurier, die sehen aus wie so kleine Ameisen, Leute Und ja, wir wollten jetzt eigentlich heute hier oben drauf klettern, weil ich nämlich noch ein paar Dinge mit euch zu besprechen habe, Leute Und wir müssen dann irgendwie mal gucken, wie wir am besten wieder nach hier unten kommen, ohne dass wir sterben Vielleicht springen wir einfach ins Wasser oder wir klettern einfach irgendwie wieder so auf denselben Weg wieder hinunter, liebe Leute, ja Das ist mega, mega cool, weil ich habe mir gedacht so, ja, zu Anfang der Folge will ich nicht irgendwo dumm rumstehen oder irgendwas zeigen oder sowas Sondern wir sind direkt produktiv, Leute, wir sind direkt produktiv und machen direkt irgendwelche produktiven Sachen, wenn ihr versteht, was ich meine So, zack, wir haben erstmal eine Kisse, da haben wir hier so ein paar Large Winter Gifts, so wie sich das gehört, ja, weil wir brauchen Large Winter Gifts, weil nämlich bald Weihnachten vor der Tür steht, liebe Leute, ja, es steht bald Weihnachten vor der Tür Es ist unglaublich, wie schnell einfach das ging, bis es wieder Weihnachten wurde und sowas Also ich freue mich auf jeden Fall mega, mega doll darauf Ich feiere ja Weihnachten zusammen mit meiner Familie, ja, so wie sich das natürlich gehört Äh, wartet mal, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir am besten wieder hier runterkommen Ich glaube so, zack, 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 zack Genau, wie gesagt, ich feiere halt Weihnachten so zusammen mit meiner Familie und sowas, so wie sich das halt gehört Wartet mal, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen So, das bauen wir natürlich auch wieder ab Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, seid ihr Weihnachten zu Hause oder seid ihr, äh, Weihnachten irgendwie unterwegs oder keine Ahnung Oder habt ihr irgendwas vor, geht ihr Schlitten fahren, geht ihr Eis essen Ha, ja, genau, im Winter einfach Eis essen, das wär's Ähm, aber ihr versteht schon, was ich meine, ja, also bei mir ist es halt so, dass, ähm, ich jetzt mit meiner Familie, denke ich mal, essen gehe Oder irgendwie sowas, ja, irgendwie, ich weiß nicht genau, wo wir essen gehen Ich glaube, irgendwas Leckeres gehen wir essen Und dann werden Geschenke ausgepackt und dann, äh, wird sich ganz doll lieb gehabt und so weiter und so fort Wie Weihnachten halt so ist, liebe Leute, ja, wie sich Weihnachten halt so gehört für eine große Familie, ja Und, ähm, was ich halt auch nochmal ansprechen wollte, war, ähm, wir werden jetzt hier erst nochmal, ähm, gleich zu meinem Haus gehen Und, Leute, da möchte ich nochmal ein paar Sachen zeigen Und, Leute, was ich auch nochmal anmerken wollte Bevor Weihnachten losgeht, möchte ich nochmal kurz auf meinen Shop hinweisen Ja, ich werde euch auch mal oben nochmal eine Infocard einblenden, wenn ich da dran denke Ich hoffe mal, dass ich da dran denke und dass ich das nicht irgendwie dumm verpeile Oh, oh, sieht aus, als würden wir das nicht hinkriegen Nee, jetzt können wir uns nicht nach ganz unten bauen Warte mal, vielleicht können wir ja da reinhüpfen irgendwie Nee, das Risiko gehe ich nicht ein Ich glaube, wir hüpfen einfach mal Nein, 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 nein Sehr, sehr professionell, Lars, sehr, sehr professionell Direkt zu Anfang erstmal gestorben durch einen dummen Fehltritt nach hinten Jedenfalls, was mir auch eben aufgefallen ist, das sollte ich euch nochmal kurz zeigen Meine Herzen, die ich habe, ja, ich habe ja diese doppelten Herzen da Die sind nicht verschwunden, Leute Weil nämlich, haben nämlich einige Leute in die Kommentare geschrieben Hm, Lars, wenn du die trägst, dann verschwinden deine, äh, beziehungsweise dann verschwinden die Wenn du stirbst, verschwinden deine Herzen Aber, Leute, ich bin jetzt gerade gestorben, aber meine Herzen sind immer noch da Hm, was hat das zu bedeuten, frage ich mich So, ähm, wir müssen jetzt erstmal unser Inventar hier wieder irgendwie richten Und da haben wir nochmal ein paar Herzen, die sind mega cool Da können wir eigentlich gerade mal noch so zack, zack Dann haben wir jetzt sogar noch mehr doppelte Herzen Das ist richtig, richtig gut Weil ich weiß nämlich, dass hier nachts die Kreaturen, wenn die hier aus diesen tiefsten Schluchten der Welt hier rauskommen, Leute Müssen wir halt wirklich viele Herzen haben, damit wir uns am besten verteidigen können Beziehungsweise, dass wir halt irgendwie eine gewisse, äh, Standhaftigkeit gegen diese Viecher haben Und hier sind immer noch diese blöden, von diesen blöden Dingern Hier geht bitte einfach von meiner Welt Oh nein, was ich jetzt vorhabe, liebe Leute, mit euch zusammen ist Ich möchte zur guten alten Dana gehen Ja, weil die gute alte Dana hat nämlich noch so ein paar Sachen mit mir zu besprechen Hat die mir nämlich gesagt, wir können hier nochmal ein paar von diesen Dingern hier töten Äh, geht doch einfach wieder nach Hause oder da, wo ihr herkommt Oh nein, wieso sind die die ganze Zeit hier? Die kommen die ganze Zeit irgendwie und Oh lol Wartet mal, da steht ein neues Haus, Leute Oha, oha, oha Ah, was ist denn hier so passiert? Warte mal, ich möchte jetzt nicht mein Haus spoilern, weil da sind nämlich noch so ein paar Sachen, die wir machen müssen, Leute Äh, beziehungsweise die ich euch zeigen möchte Aber, oha Oh, Alter, das Willingerdorf ist komplett weg Seht ihr das? Das hier war, hier war ja das komplette Willingerdorf Hier ist einfach nur noch diese Straße geblieben Oh, oh, ich glaube, Dana ist jetzt da nicht so wirklich wohlgesonnen Das glaube ich Dana steht da oben auch noch irgendwie rum Dana, oh, Dana, Dana, Dana Warte mal, wir gucken mal gerade so Ist da jetzt jemand zu Hause? Oder ist dort jemand zu Hause? Mega cool, das ist voll das schicke Haus, ey Das ist richtig, richtig stylisch, würde ich mal sagen Also sehr modern, sehr zukunftsmäßig Wenn ihr versteht, was ich meine, Leute Zukunft die, Zukunft die Okay, ähm, wir gehen jetzt erstmal zur Dana Reden kurz mal mit der, weil irgendwie müssen wir da ein bisschen seelischen Beistand geben Weil ich kann das schon verstehen, weil die ist ja hier groß geworden und sowas Und jetzt wurde einfach dieses komplette Dorf abgerissen, wo sie halt gelebt hat Und das ist natürlich sehr, sehr traurig Hi, Dana Hast du schon mitbekommen, dass jetzt das gesamte Dorf abgerissen wurde? Sogar die Willinger sind umgezogen Dort drüben wurde aus dem Nichts ein neues Haus errichtet Ich frage mich, wie es mit meiner Farm weitergehen soll Dana, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit, wenn ich ehrlich bin Dana, du tust mir wirklich ein bisschen leid, weil ich glaube, dass hier deine Farm auch so langsam das Zeitliche segnen wird Ich weiß nicht genau, was passieren wird, ich weiß es nicht Aber ich denke mal, die sieht sehr, sehr alt aus Und die Leute wollen anscheinend hochmoderne Häuser hier hinbauen oder sonstiges Deswegen wird es wahrscheinlich passieren, dass deine Farm auch verschwindet, Dana Aber wir versuchen dir irgendwie seelischen Beistand zu geben Oder du kannst auch gerne zu uns ziehen, Dana Das ist gar kein Problem Du kannst bei uns vorübergehend wohnen, wenn du irgendwie Bock hast Keine Ahnung Und dann kannst du halt so ein bisschen bei mir, ja, halt bei mir leben So Was ich machen möchte, ist jetzt erstmal hier vorbeischauen Wartet mal, wir gehen da mal Warte mal, da war doch gerade jemand, oder nicht? War da nicht? Ich glaube, da ist gerade jemand gelaufen Hallo? Hallo? Ist jemand, ist jemand zu Hause? Oh! Ist jemand zu Hause? Hi! Äh, darf ich kurz reinkommen? Darf ich stören? Oh, schicker, schicker Pullover übrigens Da ist so ein kleines Regenbogeneinhorn drauf Mega süß Richtig cool Hi, äh, wer bist denn du? Mara? Hallo, ich bin Mara Ich bin neu hier Und wer bist du? Äh, hi, ich bin Lars Oh, hey Lars Ich glaube, ich habe dich schon gesehen Wohnst du in dem, in dem großen Haus an der Brücke Äh, du wohnst an dem großen Haus an der Brücke, oder? Ähm, ja, Mara, da wohne ich Nun ja, wie dem auch sei Freut mich, dich kennenzulernen Äh, ja, Mara, super schön Willkommen in der Nachbarschaft Ähm, dein Haus ist auch sehr, sehr schön Darf ich mir das mal hier so ein bisschen angucken Wunderschönes Haus hast du hier Hier kann man auch so ein bisschen die Rollläden zumachen Dass es hier ein bisschen dunkler drinnen wird Äh, aber Mara Äh, die Mara hat auch ihr Haus irgendwie recht schnell hierher gebaut Oder nicht? Bin ich, bilde ich mir das jetzt nur ein Die hat ja auch mehrere Fernseher drin Und Computer und Sonstiges Okay, liebe Mara Schöne, schöne Wohnungen hast du hier Ich gucke jetzt einfach mal weiter Weil ich habe nämlich noch ein paar andere Sachen zu tun Ähm, genau Wir gucken jetzt einfach mal hier nach diesem Haus Aber das sieht jetzt nicht so aus, als würde hier einmal bewohnt Als würde das hier bewohnt werden oder Sonstiges Oder? Ist hier irgendwie jemand drinnen? Hallo? Hallo? Ist hier jemand drinnen? Hallo? Das ist voll das krasse hochmoderne Haus, Leute Mega krass Richtig cool Egal, egal, egal Da wohnt jetzt keiner drin Aber trotzdem steht hier irgendwie ein Auto Vielleicht sind die auch gerade irgendwie hier noch so ein bisschen unterwegs Oder sowas Kann natürlich auch sein Ist ja auch egal, Leute Ist ja auch egal Wir werden die Leute hier, die hier eingezogen sind Früher oder später kennenlernen Ich weiß jetzt nicht, da sind auch zwei Betten Wahrscheinlich sind das zwei Personen Oder das ist eine Person Und dann hat irgendwie ein Doppelbett oder sowas Keine Ahnung Müssen wir halt mal gucken Aber in ferner Zukunft Wenn, wir denke ich mal auch schon Die Leute so ein bisschen mehr oder weniger kennenlernen Also hier sind noch ein paar Villager unterwegs Die sind hier noch so ein bisschen am rumgeistern Weil die nämlich, glaube ich, gar nicht wissen, wo die hin sollen Ich würde ja am liebsten sagen Villager zieht zu mir einfach Aber das Das ist so schwierig Es ist wirklich so schwierig Egal, egal Wir müssen halt mal gucken, wie wir das am besten machen So, also was ich verändert habe, Leute Ihr seht es jetzt schon hier Ich habe hier an der Brücke so ein paar Dings So ein paar Sprutwoods Habe ich da so platziert Damit es halt so ein bisschen einheimischer aussieht Damit das Ganze so ein bisschen aussieht Wie eine wunderschöne Brücke, liebe Leute Dann habe ich da oben ein paar Fences hingestellt Damit das Ganze halt auch nochmal ein bisschen brückenartig aussieht Damit man hier links und rechts halt nicht runterfallen kann Dann habe ich hier nochmal so ein bisschen Dingsbums Hier so diese Oakleaves Oder wie die halt Ne, doch Oakleaves, glaube ich, sind es Habe ich da auch noch platziert Damit das Ganze so ein bisschen grünlicher aussieht Damit das Ganze ein bisschen naturfreundlicher aussieht Das Dach ist auch komplett fertig Da habe ich aber irgendwie ein bisschen gefällt Da oben, das müssen wir dann eventuell dann mal irgendwann anders abmachen Aber da oben ist auch nochmal so eine Insel Das können wir uns natürlich gerne merken Dann habe ich hier ringsrum auch nochmal ein bisschen Von diesen Dingsbums hier Von den Blättern, die ich hier abgefarmt habe Habe ich dann auch nochmal ringsrum ein paar Dingsbums hier gemacht Bisschen drumrum geführt Das hier müssen wir halt auch nochmal gucken Wie wir das hier am besten irgendwie so machen Dass es halt nicht so, ja, nicht so dumm hier draußen rumliegt Weil es regnet, Leute Und dann werden die ganzen Sachen natürlich auch tretschnass Ja, das wollen wir natürlich nicht So, also wir gehen jetzt erst nochmal rein Ich habe jetzt oben nicht irgendwie großartig was gemacht Warte mal, ich habe doch noch ein paar Vergalauis hier Können wir eigentlich mal oben platzieren Weil ich habe nämlich einen extra Ich habe hier, ich habe, Leute, ich habe einen Hausdino Ja, ich habe mir extra einen Hausdino geholt Hier seht ihr den Das ist, das ist Jeff Jeff Ray, mein Hausdino ist es jetzt, ja Und der chillt hier schon die ganze Zeit irgendwie ein bisschen rum, ja Der, als ich das Dach fertig gebaut habe Hat er sich irgendwie hier oben reingebackt Und seitdem ist es mein Hausdino saurer Und den behalten wir, denke ich mal auch, so Ähm, genau Es gibt einige Dinge Warte mal, wir haben hier noch die Kiste irgendwas Da können wir eigentlich mal diese Shrubblöcke reinmachen Die können wir demnächst mal irgendwann aufmachen Wenn ich dran denke, Leute Also, müsst ihr mich mal dran erinnern Wir haben nochmal hinten die Wintergifts Die können wir eigentlich auch mal gerade hier noch so ein bisschen Ne, warte mal, hier waren die Wintergifts drinnen Da können wir hier nochmal ein paar Wintergifts platzieren So, wundertoll, Lars So wird das gemacht So, dann haben wir nochmal zwei große Wintergifts Der, ich weiß zwar nicht, was die großen Wintergifts ausmacht Aber ist ja auch egal Müssen wir halt mal gucken Ich hab hier nämlich noch so einen klitzekleinen Weihnachtsbaum, Leute Den wollte ich hier vielleicht so Hier so platzieren So an, äh, äh Andenklich der Weihnachtszeit jetzt, liebe Leute Weil jetzt steht nämlich Weihnachten vor der Tür Und da ist es nämlich sehr, sehr schön Wenn man einen Weihnachtsbaum hat Und dann kann man sich hier irgendwie, keine Ahnung So kleine, kleine Geschenke dann hinstellen Ich weiß nämlich nicht, ob man diese Dingsbums sich da platzieren kann Diese, ähm, wie heißen die Dinger Diese Wintergifts Damit es so aussieht, als hätte man ein, äh So ein bisschen Weihnachten So ein paar Weihnachtsgeschenke Ähm, ich wollte hier auch noch mal ein bisschen so Diese Fenster ein bisschen zuhängen Damit das Ganze hier drinnen so ein bisschen einheimischer aussieht, Leute Damit wir das hier so ein bisschen schöner machen können Zack, zack, zack Und dann, wenn ich das hier fertig habe Würde ich mal sagen Gehen wir direkt mal auf eine bestimmte Erkundungstour, meine Damen und Herren Weil ich wollte nämlich mal dort hinten in die Wüste gehen Weil dort war nämlich irgendwie etwas sehr, sehr Interessantes Was euch auch vielleicht interessieren könnte, liebe Leute Da sind nämlich so ein paar Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das nennt Ich glaube Ruinen trifft es, äh, trifft es am ehesten Da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher Das habe ich nämlich gehört von Dana, ja Ja, die Dana hat nämlich zu mir gemeint So, ja, auf der Karte Wenn du dort und dort hingehst Dort findest du tolle Sachen, die du in Minecraft Zukunft machen kannst Äh, hallo, wieso funktioniert das nicht? Hallo, kannst du das vielleicht eventuell so So, zack, eventuell So, guck mal Kannst du, kannst du das hier vielleicht, Lars? Okay, perfekt So, ähm Müssen wir halt mal gucken, ob wir den Rest hier auch noch irgendwie zuhängen Warte mal, ich mache jetzt hier einfach mal irgendwas Hier so in die Dingsbums Hier sind Steine drin Hier ist Dirt Da können wir hier eigentlich den Dirt so reinklatschen So, Steine können wir hier rein machen Gut, dann sind wir, denke ich, auch schon gut genug vorbereitet Ein Backpack? Hä, habe ich den Backpack vorhin bekommen? Ich weiß es gerade gar nicht Ich bin mir gar nicht sicher Habe ich nicht hier irgendwo Da sind Waffen drin Wollen wir da Äh, äh, nee Das könnt hier vielleicht rein So, zack Okilidokilie, liebe Leute Ich würde mal sagen Wir ziehen jetzt direkt weiter Und, ähm Ich würde mal sagen Wir sehen uns gleich Okay, Leute Wir sind jetzt hier in der Wüste Dort ist irgendwie auch nochmal ein Dungion Den können wir irgendwann mal machen Wenn wir eventuell vielleicht bessere Rüstung oder sowas haben Dass wir dann da irgendwie reingehen können Weil ich weiß nämlich, dass da drin sehr, sehr böse Monster sind Da, so wie es aussieht Ist da vorne die Ruine schon Da können wir eigentlich auch mal ganz gerne hingehen, liebe Leute Aber da müssen wir ein bisschen aufpassen Weil wenn man da unten reinfällt Dann explodiert da so ziemlich alles Ach, guck mal Da sind auch nochmal so kleine Irgendwie so Art, äh Ja, so kaputte Häuser Kann man das so sagen? Ja, das sieht Das sieht schon ein bisschen aus wie eine Ruine Weil das hier ist eine Ruine Das weiß ich, ja Das ist aber diese normale Ruine Und das hier ist so eine Mod-bezogene Ruine Das sieht auch schon mal richtig cool aus Sie ist halt so Ähm, wie ihr seht Das sind irgendwie Häuser Die irgendwie eingestürzt sind Oder sonstiges Oh, guck mal Da ist sogar eine Kiste Mega nice Äh, dann haben wir hier Warte mal Das Zeug können wir eigentlich reinklatschen Jackalope Äh, und Das brauchen wir nicht Das brauchen wir auch nicht Das können wir eigentlich alles hier reinmachen Emerald Sword Oha, macht das irgendwie Das macht Haste Und, äh Und Strange macht das Oha, Alter Mega nice Das Emerald Sword ist richtig gut Da können wir vielleicht Wenn wir sogar unsere anderen Dingsbums haben Unsere anderen Schuhe noch Weil wir haben ja nämlich noch mehr Schuhe Ja, da haben wir doch noch diese einen Äh, Cloud Boots Heißen die Cloud Boots? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher Äh, diese komischen, ähm Hover Boots Genau, die Hover Boots Die wir hier nämlich haben Die sind mega, mega cool Weil da kann man dann irgendwie Dann vielleicht auch noch mit dem Schwert Und mit Haste und sonstiges Dann ist man mega, mega schnell Ja, können wir mal vielleicht gucken Wie schnell wir dann damit unterwegs sind Hier ist jetzt nichts drin Hier ist halt so dieses Ruinenzeug Oh, guck mal Da ist nochmal eine Kiste Ba, 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 ba Ein Skill Orb Das ist richtig cool Wir haben mega viele Herzen Jetzt habe ich einfach mal alles eingesammelt Was haben wir hier? Ein Hammer Was haben wir noch? Irgendwie so Heavy Boots Was machen die? Okay, die machen anscheinend Slowness, ja Hm, was haben wir noch? Die Markies hier Das ist vielleicht was zu essen Dann haben wir nochmal einen Skill Orb Den werden wir gleich direkt erstmal benutzen Dann haben wir irgendwie so eine lustige Brille Die können wir Oh, ja, Mann Wuh, ich bin im Disco-Fieber So, den Skill Orb haben wir jetzt auch nochmal geschnabuliert Dann haben wir nochmal ein paar Chili Peppers Die wir jetzt nicht unbedingt benötigen, Leute Weil die Chili Peppers tun natürlich sehr, sehr weh in den Augen, ja Dann haben wir hier nochmal einen Lucky Block Und dazu muss ich noch sagen Lars, du musst alle Lucky Blöcke aufmachen Und das werden wir jetzt auch direkt tun Indem wir halt hier den Sicherheitsabstand einhalten Was war hier drin? Eine wunderschöne Angel Was ist das hier für eine Angel gewesen? Eine, ähm, Lucky, super Lucky Angel Wir gucken jetzt einfach mal weiter Weil wir haben hier nämlich noch so ein bisschen Was ist das? So ein paar von den Dingern hier Die können wir eigentlich auch nochmal so auf Aufschmeißen So ohne Probleme Aber da ist jetzt bis jetzt nichts drin gewesen Außer vielleicht so ein kleines Herz Ähm Ich weiß nicht, ob wir zuerst in diesen Dingsbums gehen sollen Oder ob wir Ja, wir gehen jetzt erstmal da rein Ähm Und gucken uns dann mal genauer an Was sich dort drinnen befindet, Leute Also ich weiß schon ungefähr, was sich da drinnen befindet Ähm Wir müssen halt aufpassen, dass wir jetzt nicht hier irgendwie dumm runterfallen So Ähm Warte mal, ich hab jetzt auch nicht genug Dingsbums hier Nicht genug Ähm Wie heißt das hier? Den Sandstone Den brauchen wir jetzt auch nochmal vielleicht So ein bisschen Sandstone Damit wir da eventuell runtergehen können Ohne Probleme, Leute Ohne Probleme Okay, ähm Jetzt müssen wir irgendwie seitlich runterfallen So Hierhin Zack Damit wir hier nicht irgendwie unsere TNT-Falle auslösen, Leute Das nehmen wir natürlich erstmal raus Das ganze TNT Weil das wollen wir natürlich ganz und gar nicht, ja Weil das ist nämlich das, was wir überhaupt nicht wollen Was haben wir hier drin? Ein paar Bomben Wieder diese Markie-Shell-Dinger da Dann haben wir hier Peaks-Kebab Brauch ich jetzt nicht unbedingt Auch Bomben brauchen wir jetzt nicht unbedingt Was haben wir noch so? Bomben, Bomben, Bomben Doomfire Irgendwie ein Bomb-Pack Äh Ansonsten jetzt nicht wirklich viel Okay, ähm Dann hat sich das auf jeden Fall mal gelohnt Nach hier unten zu gehen So, ich würde mal sagen Wir gehen jetzt wieder hoch Okay, das Ganze hat sich auf jeden Fall total gelohnt Ja, ähm Wartet mal Wir haben jetzt das, 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 das Äh, das hier haben wir noch nicht geguckt So, hallo, hallo Guck mal, da gehen Treppen nach unten Da unten leuchtet aber irgendwas Lass mal einfach mal nach da unten gehen Da, 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 da Das ist irgendwie so eine Art So ein Mumienschacht oder sowas Ist das einfach mal Hallo, hallo Äh, ist hier irgendjemand Oh, guck mal Da ist einfach eine orangene Tür Weil da können wir uns nicht irgendwie hier außen rumbauen Ha, easy Haha Oh nein, wie du bist das denn Total ausgeträgt Weil wir nämlich die coole Sonnenbrille haben, liebe Leute Hä, lol, das ist ja voll dumm Ich dachte eigentlich, jetzt müssen wir so voll da so Wieder nach Hause gehen und den Schlüssel Aber ohne Probleme, Leute Was haben wir hier? Irgendwie eine coole Rüstung Oha, Alter, die ist mega cool Das ist so eine Desert-Rüstung Warte mal, können wir die nicht irgendwie gerade mal so anziehen? Irgendwie mal so zum, äh, zeigen, Leute So, guck mal Wunderschöne Rüstung Äh, warte mal Dann hier den Helm Und die Schuhe Guck mal, jetzt sind wir so richtig Jetzt sind wir so richtig, äh, wüstenmäßig ausgerüstet, Leute So richtig, wie die damals auch waren irgendwie Wo die dann auf den Kamelen oder Pferden oder was weiß ich geritten sind Was haben wir hier noch so? Noch ein Alter, noch mehr Skill-Orbs Richtig cool Pizza Noch irgendeinen anderen Stuff, den wir jetzt nicht unbedingt benötigen Hier so Zack, 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 zack Alter, mega nice Beutung heute Warte mal, können wir die nicht hier irgendwie so aktivieren? So, wir haben 5 Level Obwohl wir am Anfang 30 hatten Warte mal, jetzt haben wir nochmal 2 Skill-Orbs Alter, wir haben richtig viele Herzen Yeah Wuhu Schrabidi-Dabidi Oder Zukunfti-Dukunfti Yeah Okay, Leute Wir gehen jetzt erstmal nach Hause Okay, Leute Ich bin mittlerweile wieder zu Hause angekommen Ja, es war heute auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr produktiver Tag Ja, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele tolle Sachen Viele neue Sachen bekommen Ja, das ist schon mal sehr, sehr cool Jedenfalls würde ich sagen, Leute Wenn euch das Ganze gefallen hat Würde ich mal sagen Lasst auf jeden Fall mal eine Positivwertung da Für Minecraft Zukunft Ja, mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht Heute wieder ein wunderschönes Video für euch zu machen, liebe Leute So, und ich würde mal sagen Wenn euch das Ganze gefallen hat Schreibt ein paar nette Kommentare in die Kommentare Und ich würde mal sagen, liebe Leute Bevor ich jetzt hier wieder rumquatsche Ich muss hier nämlich noch ein bisschen was arbeiten, Leute Ich habe hier nämlich meine Desert-Rüstung an Ich muss hier nämlich noch ein bisschen was arbeiten Ich muss hier noch ein bisschen hier so Rollläden hinhängen Und sonstiges Weil ich nämlich hier mich wohlfühlen möchte In Minecraft Zukunft Jedenfalls, Leute Wir sehen uns auch beim nächsten Video Wau